Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 7. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1312 und heute habe ich die folgenden Themen mit für dich dabei. Qualcomm, OnePlus, Apple Arcade, Acara M2 Hub, Twitter Blue mit verdienen, Entlassungen und Instagram. Dann würde ich doch sagen, starten wir gleich mal durch die Themen durch. Und das erste ist Snapdragon 8, Generation 2 for Galaxy. Ich habe letzte Woche kurz angeschnitten, dass Samsung das Event hatte. Wir hatten in der Geek Talk News Episode darüber gesprochen. Ich werde die natürlich auch noch verlinken in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und in Podcasts, euer Vertrauens zum Anklicken. Da haben wir ein bisschen eben über das neue Smartphone und auch den neuen Prozessor geschrieben. Der ist speziell angefertigt für Samsung. Samsung verlässt somit seine Exynos-Chip-Serie, zumindest für die Smartphones, und arbeitet da verstärkt mit Qualcomm zusammen, um da den besten, schnellsten Chip mit drin zu haben. Was genau diesen Chip von den normalen 8 Generation 2 Chips unterscheidet, Das habe ich im vorerwähnten, verlinkten Beitrag ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Für diejenigen, die es interessiert, dürft gerne mal da ein bisschen reinlesen. Weiter geht es mit OnePlus und die machen ein vollmundiges Versprechen. Das haben wir von Android-Smartphone-Herstellern schon vielfach bekommen. Gehalten haben es noch selten welche, bis auf Samsung, die es wirklich jetzt geschafft haben, über die letzten vielen, vielen Jahre, die Updates zu liefern. Vier Jahre Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates, nicht nur für die Flaggschiffe, sondern auch für kleinere Telefone, teilweise sogar ganz kleine oder ganz günstige Geräte, wo halt einfach regelmässig Updates rausfallen. Das möchte jetzt anscheinend auch OnePlus. Versprochen haben sie es, zumindest für das neue, jetzt dann kommende OnePlus 11. Genau, OnePlus 11. Ich werde es mir morgen ein bisschen genauer anschauen können. Was heisst morgen? Heute ist es ja schon. Ich müsste nur noch richtig wach werden. Es ist heute Nachmittag. Und dann bin ich mal gespannt, ob das nur eben für dieses Telefon gelte oder auch für andere Geräte, die sie dann bringen möchten. Übrigens, OnePlus ist ja jetzt offiziell in der Schweiz seit Anfang dieses Jahres. Das heisst aber auch, dass das OnePlus 11 bis Android 17 eigentlich erhalten sollten dürfte und dann noch ein Jahr Sicherheitsupdate. Bis im Jahre 2028 wären das Updates. Na, wenn sie das schaffen, ja, die EU fordert es ja sowieso. Ich bin mal gespannt und lasse mich positiv überraschen, würde ich doch mal behaupten. Und dann geht es weiter mit Apple Arcade. Da findet ihr ein neues Spiel. Das werde ich mir nachher gleich gönnen, wenn ich wieder im Zug unterwegs bin zum eben genannten OnePlus-Event. Castle Crumble nennt sich das. Um was geht es da? Ja, relativ einfach. Es geht, da sind Schlösser und du hast Kanonen und Bomben und Zeugs und du kannst und sollst das Ganze kaputt schiessen. Zwischendurch muss man auch mal was kaputt machen. Auch wenn nur auf dem Bildschirm und nicht in richtiger Form. Die Acara M2 Hub Serie hat das Matter-Update bekommen. Im Jahr, genau, im November letzten Jahres angekündigt, kommt es jetzt langsam ausgerollt. Für all diejenigen, die jetzt denken, uh, sofort installieren. Ja, sachte, sachte, langsam, langsam. Das wird innerhalb von den nächsten vier bis acht Wochen verteilt. Und auch für andere Geräte, wie dem Vorgänger-Hub und dem noch vorgängigeren Hub, dem E1 Hub, dem Kamera-Hub und dem neuen Kamera G2-H Hub, für die kommt es dann in den nächsten sechs bis zwölf Wochen dann auch noch ausgeliefert. Aber auch da dann wieder rollierend. Somit eins nach dem anderen und freut euch auf den Tag, wo das Update da ist. Weiter geht's mit Twitter und Twitter Blue. Das ist nämlich jetzt offiziell seit gestern auch bei uns in Deutschland und bei euch in der Schweiz. Oder umgekehrt bei euch in Deutschland, Österreich und bei uns in der Schweiz möglich. Obwohl, vor, ich habe es ganz kurz gesehen bei meinem Account. Und dann habe ich das Fenster zugemacht, weil ich was anderes machen wollte. Und jetzt kommt es nicht mehr. Ich bin nicht ganz sicher, ob es auch wirklich in der Schweiz angekommen ist. Es kann natürlich bei mir auch am VPN liegen, dass ich jetzt gerade irgendwo in Uzbekistan sitze oder so. Auf jeden Fall, für ein paar Währungseinheiten pro Monat bekommt ihr da zusätzliche Funktionen. Dazu gehören Dinge wie zum Beispiel halb so viele Werbung. Ihr habt die Antworten und Erwähnungen, die ihr besser findet. Ihr habt einen vorzeitigen Zugriff auf neue Funktionen, könnt Tweets bearbeiten und so weiter und so fort. Das geht ab sieben oder fünf Währungseinheiten pro Monat circa in etwa. Wer also mag, gerne mal zugreifen und ausprobieren. Ach ja, NFT-Bildchen, wie der Achim hat, kann man natürlich auch hinterlegen. Und dann gibt es noch eine neue Möglichkeit. Twitter lässt dich an Werbeanzeigen partizipieren. Wie genau das funktioniert, das müsst ihr euch selbst durchlesen. Man kann, wenn man Leute verwickelt in Gespräche über erstellte Werbung, sich an der partizipieren. Oder irgendwie anders, auf jeden Fall speziell. Aber kann man machen, werde ich mal. Nein, ich kann ja kein Blüterblum machen. Mist. VPN ausschalten. Ich muss mal schauen, ob das trotzdem geht. Zu guter Letzt ist ein Ding, was ich damals schon gesagt habe. Wenn es bei Twitter klappt, dann kommen die Nächsten. Ja, es hat bei Twitter geklappt. Die Menschen bezahlen für diesen Badge. Jetzt kommt auch Instagram. Im Quellcode will Alessandro Paluzzi Code gefunden haben, der besagt, dass ein Paid Blue Badge im Anzug sei. Das aber nicht nur für Instagram, sondern nach anderen Quellen auch sogar für die ganze Facebook-Plattform. Also auch drüben für WhatsApp und Facebook und so weiter. Wir werden sehen, was da genau kommen wird und was Instagram so damit reinpackt. Da können sie natürlich ein bisschen Geld einsammeln. Denn die Leute wünschen sich ja dieses blaue Häkchen aus irgendwelchen Gründen. Na dann, ich will auch eins. Ne, ich brauche glaube ich keins. Genau. Bis bald. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und vor allem auch einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.